So, dann machen wir hier mal ganz kurz den Spalter von Leta Episode 1 Ach, warte mal Ist das nicht die Scheiße wie vorhin? Oh, Gott War für ihn aber noch nicht, ey Und es liegt genau da, wo es standen müsste Ey, was soll denn das, ey Buggyman hoch 3, ey Ey, wer guckt denn auf den Bohnen? Kein Mensch Kasse, warte, ey Scheißgesuche, ey Mann, ey Oh, da ist zu Warum er immer so rumstöhnt, ey Keine Ahnung, ey Ey, da braucht unbedingt was zum snacken, ey So, auch zu So, auch zu Viele würden ja sagen, oh, ist der bescheuert, der wisst nicht mal wie man spielt Äh, ist manchmal gar nicht so einfach Wenn man jetzt blind spielt, zum ersten Mal, wie gesagt Dann kommt man nicht so schnell drauf, wo man lang muss Okay, das geht schon mal nicht Okay, das geht schon mal nicht Okay, das geht schon mal So Ein paar Spieße, kann man essen, kann man hier brauchen Okay, hier ist weiter nichts Da ist zu, da ist auch zu, da braucht man nicht lang Äh Übel dick, dieser Schrott, ey Übel dick, dieser Schrott, ey Übel dick, dieser Schrott, ey Sehr schön Wir gucken mal hier Da ist zu, da brauche ich gar nicht gucken Ein dunkler Loch hier, ey Oh man Unheftig Unheftig Lass zu, also Der andere weg Okay Okay, tauchen würde ich jetzt nicht Schön, müssen wir tauchen Oh, da geht gar nicht drauf, ey Oh, da geht gar nicht drauf, ey Puh Und Ne, die Tür ist zu, ey Ah, was geht hier überhaupt, ey Das Spiel hat kein Ende Ja Ja, ja Und da ist hier überall Schrott rumliegt Ja, da geht mir die geschuffen, zack Ha Ja Erstmal scheiß Dreckswasser abpumpen, hier Hm Da ist jetzt irgendwo drauf her, oder? Na, hier nochmal gucken Uah Wieder tauchen oder fahrig, okay, das wiss ich schon Naja, hoffe ich neues Na, sag ich doch Und ich bin gleich tot, ey Oh mann, ey Na, wohin mit die Scheiße, ey Nein, du kannst mich auch schon ran, ey Nein Nein, du kannst mich auch schon ran, ey Ich bin damit Super Ich weiß nämlich nicht, wohin mit dem Teil, ey Das ist doch dumm, Alter Ey, das ist doch dumm, Alter Pfff 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 Ich will nicht woher mit dem Teil, ey Man, die Steuerung ist das doch schwammig, ey, ey Okay. Ach, Mann, ey. Mann. Ey, irgendwie verstehe ich das ganze Spiel nicht, ey. Pff. Was das mir hier an Zeit kostet, ey, die Scheiße, wenn man hier nicht weiterkommt. Pff. 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 E, E, geht nicht hier durch, ey. Aaach, ey... Hm, ist das perpockt, ey... Komm mal nicht durch, ey. Pfff, ich lasse zeigen euch, ey, das hat ja keinen Sinn Ich weiß nicht mehr, wohin mit der Toil, ey Oh, hier muss ich wieder Stop machen, also bis später